Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Herr Gott, Amen. Heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit und heißt Sonntag der Schütze. Doch jede Menschheit hat seine eigene Schütze. Und es wird in der Kirche heute geregelt, dass wir einen Abschnitt aus dem Evangelium nach dem Heiligen Matthäus, Kapitel 6, spricht und sprach über die Schütze. Logisch, wo willst du deine Schütze ersparen und einfach leben? Es gibt Schütze für das Herz und Schütze für die Augen und Schütze für das ganze Leben. Wo ist der Schatz deines Herzens? Wo ist die Neigung deines Herzens? Und wo ist die Neigung deines Augens? So sind die Schütze. Viele Menschen haben für alle zum Beispiel Geld, Gold. Und der große Kampf zwischen Staaten, es geht auch darum, um Schütze. Ob das früher Gold oder andere Elemente oder heutzutage Öl. Kampf. Und Ungerechtigkeit wird geübt, auch wegen diesem Schütze. So soll der Mensch davor Achtung geben. Vergiss nicht, Matthäus 6 und Lukas 12. Die zweite Kapitel sprechen über die Schütze. Und so ähnlich. So ähnlich in diesem Art. Im einen, Jesus sagt, kümmere dich nicht um Schütze. Schau die Pflanzen auf dem Feld. Sie tragen wunderschöne Kleidung. Stimmt. Wird kein solcher Kleidung, was die kleinen Blumenchen auf dem Feld trägt. Niemand. So kompliziert wirklich ist die Schönheit einer Blumen. So billig. Kommt spontan. Vom Gott gemacht. Aber sie kümmert sich nicht darum. Schau auch wie die Vögel des Himmels. Die sammeln kein Schütze und sie werden ernährt. Kein von denen wird verwundert oder sterben wegen mangelnden Essen. Und ihr Menschen, die teuren und wertvollen im Augen Gottes, sollt nicht darum kümmern. Nicht alles ist das Essen und Trinken und Kleidung. Es gibt doch was Wichtiges. Das Wichtige im Leben ist dein Schatz. Und Sonderes dein ewiger Schatz. Dein Himmelreich. Wir sind Menschen, die auf einer vorgehenden Erde leben, um weiter danach im Himmel zu leben. Gott hat es uns ermöglicht, dass wir hier auf einer Vorbereitungszeit und Ort zu leben, damit wir echte Schätze sammeln. Wenn du viel Geld und Gott sammelst, dann hilft nicht. Du gehst einfach mit leeren Händen. Und was machst du damit? Nichts. Viele Menschen tun das. Wunderbar ist in Lukas 12, auch nicht um heute, in Matthäus 6, in Lukas 12, ein Mann kam zu Jesus und sagte, Herr, Meister, sag mein Bruder, sag ihm, dass er mit mir die Erbe teilen sollte. Und Jesus hat geantwortet und sagte, Mensch, wer hat mich als Richter für euch verrichtet? Und hat abgelehnt, das Thema zu diskutieren. Das heißt, Jesus lehnt ab, streit zwischen Menschen und Menschen, Brüder und Brüder, Geschwister, um Geld und Erbschaft. Und gleich danach hat ein zweites Gleichnis gegeben. Ein Mann, sehr reicher Mensch, in diesem Jahr, in einem Jahr, sein Ackerland hat hundertfach Früchte mehr gebracht. Zu viel Weizen und Körner und alles. Leid für ihn für Jahre lang. Gott hat ihm viel gegeben, damit auch er den Armen weiter viel geben und Tempel Gottes. Aber der Mann hat nicht so gedacht. Er konzentrierte auf sich selber und sagte, ja, ich habe jetzt mit mir viele Getreide. Ich werde meine alte Lager und Scheunen abbauen und neue, größere aufbauen. Und sagt mir, er sagt so, meine Seele, mein Geist, lebe wohl jahrelang in Frieden und Reichtum. Du hast viele Getreide für Jahrzehnte. Hab keine Angst und kein Kummer. So dachte der Reiche, aber er war ein arme Mensch im Herzen und im Geist. Und an diesem Tag sagt Jesus, der Herr hat ihm gerufen und sagt, du Mensch, du willst heute von dir, deinen Geist verlangt. Was willst du machen mit allem, was du gespeichert hast? Nichts. Gar nichts. Und viele Menschen tun das. Ihr kennt die Geschichte von dem reichen Mann, der in einer Provinz in Giprin gelebt hatte. Er war so reich, aber so reizig. Er hat nicht die Armen gelebt und wollte auch nicht etwas für die Kirche geben. Dieser sehr rasche Mann hatte eines Tages einen Onkel gehabt. Er kam zurück von der Arbeit und fand sein Haus verbrannter sich. Und die Menschen hatten ihn gratuliert und sagten, Gratulation, Gott hat dich gerettet. Gott liebt dich und so weiter. Aber er hat kein Wort davon gehört, sondern rasch gegangen gegen den Willen von den allen, die vor dem Haus standen. Und er hatte doch nach seinem Schatz gesucht. Wo? Im Feuer. Und gleich danach ist dieser Mensch leider gestorben. Nachdem man das Feuer gelöscht hat, hat er mir nach ihm gesucht und ihn gefunden. Er hatte das Geld und der Schatz umarmt und verbrannt. Leider, wenn wir wirklich Geld lieben, dann wird, wir müssen nicht rasch sein. Nein, nein, es gibt auch arme Menschen, die ihr Schatz ist auch Geld, trotz, dass sie arm sind, trotz, dass sie nichts besitzen. Es geht nicht um viel oder wenig, es geht um Prinzip im Leben. Hast du Geld für die Liebe oder nicht? Und Liebe zum Geld ist gefährlich. Dieser Mensch ist leider gestorben wegen Liebe zum Geld. Auch Judas, auch viele Menschen. Aber viele andere Menschen werden auch sterben wegen Liebe zum Körper. Oder Liebe zu Stärke. Oder Liebe zu Ehre und Ruhm. Viele Menschen werden wegen falscher Liebe aussterben. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Wo sind deine Gedanken, wenn du in der Kirche bist? Wie sind deine Gedanken, wenn du mit Gott bist, beim Beten? Willst du wirklich mit Gott Zeit verbringen oder einfach an deine Geschäfte und deinem Geld und deine Wünsche im Leben und deinem Lohn und deine falsche Liebe und so weiter? Wo ist dein Schatz? Sagt und fragt dich heute Jesus. Eine Bitte, leset mal diese zwei Abschnitte aus dem Kapitel 6 im Evangelium nach Matthäus und auch aus dem Kapitel 2 im Evangelium nach dem Heiligen Lukas. Und ich frage euch jeden Tag, ab heute, bis Jesus zu dir kommt. Wo ist mein Schatz? Wo ist mein Herz? Und die letzte Frage. Hast du wirklich für deinen ewigen Schatz etwas vorbereitet und erspart oder nicht? Hast du wirklich dort den ewigen Schatz oder bist du dort im Himmel? Und so bedürftest du das, nichts bei dir zu finden. Herr Petrus, es gab einen Heiligen, war zuerst zurückheizig und hatte in einem Traum gesehen, dass im Himmel für ihn ist nichts außer einem getrockneten Brotschen, das für einen Armen gegeben hat. Lege im Himmel, speichere im Himmel für dich zu viele Schätze, damit wenn du dort hinkommst, wenn du dort hinkommst, du fühlst etwas für dich. Lebe nicht dort als armer Mensch. Sei reich, weil dein Vater im Himmel reich ist. Er sei unseren Herrn in der Ewigkeit. Gebennium